Kernstück des neu überarbeiteten VW Amarok ist die V6 TDI Motorisierung. Diese wird in drei Leistungsstufen mit 163, 204 und 224 PS in Euro 6 angeboten. Allradantrieb heißt im VW Sprachgebrauch 4Motion und ist in den beiden oberen Leistungsstufen obligatorisch. Kombiniert wird der Antriebsstrang mit dem 8-Gang-Automatik-Getriebe und permanentem Allrad oder alternativ mit manuellem 6-Gang-Getriebe, zuscholterbarem Allrad und Getriebeuntersetzung. Die 165 kW 224 PS Version ist regelmäßig mit der 8-Stufen-Automatik ausgerüstet. In diesem kurzen Video habe ich versucht, neben der Technik die unterschiedlichen Farbvarianten und unterschiedlichen Ladeflächenabdeckungen abzulichten. Ansonsten. 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 Das ist gut, ich habe einen Räger, einen Räger, einen Räger, einen Räger. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020